Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch schön gemacht. Genau. Also wir haben hier so einen Helm mit so Zettelchen. Ach, das kenne ich. Was muss ich machen? Zettel ziehen und dann vorlesen und antworten? Was? Hier antworten. Da rein. In die Kamera. Gut. Und wo schmeiße ich die für die fertigen Fragen hin? Am besten nicht in die Ritze, aber wäre nicht schlimm. Passt es. Und dann hol ich das Geld. Das Geld? Los geht's. Jawohl, da ist er. Nach der Grundausbildung ist es mit dem Sport vorbei. Nein, auf keinen Fall. Eigentlich sogar noch wichtiger, dass man weiterhin fit bleibt für den Job. So. Wenn ihr kocht, gibt es Fleisch. Wenn ich koche, gibt es immer Fleisch und ein bisschen Maggi rein. Da bin ich berühmt dafür. Ja, sehr oft Fleisch, aber mittlerweile haben wir auch ein paar Vegetarier bei uns. Da gibt es halt dann was Gutes Vegetarisches. Ja. Die Wache ist der sicherste Ort der Welt, außer man lässt Essen liegen. Das ist richtig. Das kann mal passieren, dass man danach nichts mehr zum Essen hat. Dann kommt halt der Pizza-Service. Das Essen, wenn man liegen lässt und da kann man sogar einen Namen draufschreiben oder ich habe reingespuckt. Das hilft alles nicht. Ihr habt vor nichts Angst. Ja, stimmt. Angst ist so ein guter Begleiter und jeder hat irgendwas, was ihm gar nicht liegt. Dunkelheit, Enge, Lärm. Ihr habt viele Verehrerinnen und Verehrer. Das müssen unsere Singles beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass jüngere Kollegen schon ein paar Verehrerinnen haben. Keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht. Schön wär's. Ja. Frauen sind für die Feuerwehr nicht stark genug. Stimmt nicht. Die sind vielleicht körperlich nicht so stark, aber mental. Und das zeigen die uns auch. Ihr werdet sauer, wenn ihr umsonst zu einem Einsatz fahrt. Irgendein Bürger war in Not und hat deshalb angerufen. Wenn es dann nichts für die Feuerwehr ist, dann war es einfach nichts. Auch privat habt ihr immer einen Eimer Wasser neben dem Bett. Nein, ich hab ein Wasserbett. Das wird nicht klappen. Den wird man umschmeißen in der Nacht. Tschau.